Hallo, ich bin die Christina Koller, ich bin Atemtherapeutin mit Leib und Seele und habe die Methode Vagus Flow entwickelt und veröffentliche diese jetzt. Ja, meine Freude ist riesig, weil jetzt irgendwie alles in meiner Erfahrung mit meinem Wissen zusammenkommt und ich in dieser Methode zusammengefasst habe und ja, die Freude darüber, auch nach dieser intensiven Arbeit, nach dieser unglaublich tiefen Verbindung, die ich da eingegangen bin über die letzten Monate, dass das jetzt endlich rauskommt und ich kann es kaum erwarten, das mit dir zu teilen. Ja, grundsätzlich über die Atmung sage ich, dass es so einfach ist, das ist der Schlüssel zu der Verbindung mit dir selber, es ist der Schlüssel zum Moment, es hilft dir, bei dir zu bleiben, auch wenn du ganz schlimme Geschichten hast oder gesundheitliche Herausforderungen oder einen stressigen Alltag. Du kannst anfangen, dich über die Atmung zu spüren, zu regulieren, deine Lebensqualität, dein Wohlbefinden, deine Gesundheit maßgeblich und aktiv zu beeinflussen, zu verändern. Ja, und ich freue mich so sehr darüber, das an diesem Summit mit diesen wundervollen Menschen hier zu teilen.